Ich hab nix, ich kann nicht so schnell schreiben. Das Video macht überhaupt keinen Sinn mehr. Jo, da was geht, willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei sind heute eine Menge beschissene Kandidaten, auf die ich überhaupt keinen Bock hab. Wir sind auch hier in einem Beruf, dass ich überhaupt keinen Bock hab. Und zwar im UFO 2. Sieht genauso aus, dass... Geht mal alles im Bach runter, willkommen im verdreckten UFO. Brumm, 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 brumm. Das Ding ist halt, Freddy hat jetzt irgendwie so viel Geld mittlerweile, dass ich das UFO komplett allein leisten kann. Sieht doch deutlich professioneller aus. Wenn das UFO-Mode angeht... Du hast reiche Eltern, ne? Ich hab ganz schön reiche Eltern, genau wie du. Wir kommen aus echt guten Familien. Ja, Mitarbeiter weiß, Max kennt ihr nicht, ist auch nicht so wichtig, werd ich euch nicht vorstellen. Und Mo, Mo sollte man kennen, das ist der Typ, der immer im Hauptbahnhof sitzt. Er hat gerade aufgewacht. Wir spielen heute Stadt, Lauch. Aber rate mal, wo er aufgewacht ist. Kannst du vielleicht das Maul halten? Wir spielen heute Stadt, Lauch, YouTuber, Sexualpraktik, Grund zur Festnahme und Grund, das UFO zu verlassen. Klingt nach einem extrem eingegligen Format. Klingt auf jeden Fall wie eine Kategorie, die nur für ein Video genommen wurde. Ach, in kurz ist das... Dann kann ich auch Bernd nehmen. Wer ist denn Bernd? Stopp. Hey, also ich schreibe noch zu Ende, ja? Hä? Nein, oder? Ich hab Berlin. Ich hab Bern. Ich hab Brücke. Brücke? Brücke oder Brügge? Brügge. Ich hab Bauch. Mein Lauch ist ein Bauch. Dein Bauch ist auch kein Lauch, dein Bauch ist fett. Dann war falsch. Wer ist das? Ich hab nix. Wer ist denn Benni, Alter? Ich will das jetzt nicht sagen. Ja, Barisch-Kennig ist n Schöner. Benni gibt's nicht, Alter. Die würde ich überheizen. Benni von Aeropone. Ich hab Bibi. Ich hab Bibi außer Maxi, hat da nur B stehen. Ich hab auch Bibi. Sex-Praktik, ich hab belastender S***. Ist ne S***-Affraktik, die du wahrscheinlich öfters... Immer wenn ich mich nackt sehe, ist halt belastend. Bei mir ist es Blasen, aber so richtig. Blasen, aber so richtig. Nice. Das ist n Zehner. Was hast du da stehen, Max? Das Blasen auf dem Einrad. Oh, das Beide ist Blasen, ne? Warum auf nem Einrad, Alter? Wie willst du auf nem... Ja, die muss so balancieren. Und durch das Balancieren macht die Antwort immer vorne mit dem Kopf. Das ist so... Stopp! Wann hast du das letzte Mal Sex? Ich hab noch nie S***. Also alle Zehner auf seinem Wort. Grund zur Festnahme? Blasen, aber ohne zu fragen. Äh, Betonbeine. Betonbeine. Freddy, du hast... Du gibst hier mal Betonbeine? Betonbeine. Betonschuhe heißt das bei der Mafia. Nein, Beine. Komplett. Ja, ist ja nicht Mafia. Ist ja... Schweiz. Max? Zehn. Ich hab Behinderung von Eingängen bei POC. Nein! Ja, doch! Das Mörf! Wo? Brüste angefasst. Ja, jeder ein Zehner, komm. Ich finde, Blasen aber ohne zu fragen eigentlich auch stark. Also wenn du einfach in der Stadt... Und Ufo zu verlassen? Du hast gesagt, du hast keine Zeit und deswegen hab ich einfach schnell BW hingeschrieben. Das ist nicht richtig, das geht das nicht. Weißt du, hast du das? Ich hab gerade Brüste hingeschrieben. Wo? Ich hab B. Das gibt alles keine Punkte, aber Bette, die gibt einen Punkt. Weil Denas Bruder heißt Benedikt und ich wollte schreiben Bende in Klammern. Denas Bruder nimmt wieder alles auseinander. Das hast du ja damit stehen. Da steht jetzt nur Benedikt ein, oder? Das ist ja kein Grund. Also alle Notpunkte. Mein Gott, Alter. Okay. A. Stopp. V. Das hast du dir ausgedacht. Das stimmt nicht. Du kannst nicht so schnell... Ich kenn doch kein Verbild nicht, Mann! Stopp. Stopp, Durst! Okay, also. Bei Stadt hab ich natürlich Vorarlberg genommen. Ich hab Fenlo. Du fährst hier einen reichen Skiurlaub, ne? In den reichen Eltern. Hast du Gefurz? Hier stinkt's auch noch. Achso, das bin ich ja. Perfekt. Ich hab Ferl. Wer sagt denn Fenlo? Das heißt Fenlo. Also V-E-R-L. Gibt's? V-E-R-L. Gibt's! Ihre Doppel-O-Dreip hat genau... Siehste, meine Güle, Alter. Wir haben fünf. Lauch hab ich voll mit. Ich hab Vera entwehen. Ah, ich hab Land aufgeschrieben. Stimmt. Ich wollte auch erst Land aufschreiben. Was hat man wieder bei dir? Ich hab geklappt. Vendezuela. Ist ein Lauch, ja. Zehn Punkte. Vera entwehen. Die Schwiegertochter gesucht was. Die ist doch saufett auch, oder? Die ist ein Lauch. Wie ein Bauch. Die ist saufett. Zehn. Ja, jeder ein Zehner, komm. YouTube hab ich Barion. Ja, hab ich auch. WaruLP. Als ob jemand nicht den Account waruLP gemacht hat. Ja, man hat ja aktiv Videos gemacht. Man probiert ja das Autos. Ich gucke mal an der Sch***er. Zehn. Geht da ein Zehner? Nee, fünf. Ja, fünf. Wieso? Jetzt wird's ein bisschen krank. Volle T***er. Leere in den Klammern Milch. Geil. Ich hab Verhalten des Planes. Ja, so zurückhaltend. Oh, oh, oh. Versteift auf Motorhaube ein Auto raus. Nein. Nein, nein, nein. Ersteift wäre es nicht versteift. Null Punkte. Nein, versteift. Null Punkte. Null Punkte. Null Punkte. Wo? Volle Kanne, Ficky. Funktioniert nicht. Grund zur Festnahme, was hast du? Verlassen des Kinderheins plus Kind. Also, wenn man einfach ein Kind aus dem Kinderheim nimmt. Das geht nicht, ne? Weil, Papiere. Ich hab viel Gras am Hahn. Am Hahn? Ja, es ist halt der Mann ist der Hahn. Gras. Das finde ich doch stimmt. Du bist natürlich verhaftet, wenn du zu viel Gras angehast. Ja, ja. Hast du dir jetzt dafür Punkte gegeben, du behinderte? Nee, hab ich nicht. Ich hab mir gar nichts hingeschrieben. Du Arsch. Oh, aber dass du das denn machst. Der F*** der F*** im Gartenbumper. Das wäre eher das F***. Das ist auch nicht so. Das ist kein Grund für den Rest. Klar, wenn das nicht mein Gras ist. Das steht da nicht. Maximal drei Punkte. Sonderpunkte. Okay, drei. Fünf. Vier. Okay, fünf. Aber keinen mehr. Mo? Vogel abgeschossen. 30 Punkte. Und das Obo zu verlassen? Verdreckt. Verdreckt. Komma. Alles. Sehr gut. Das gibt 20, oder? Das gibt 20, ja. Ich hab vier Revi. Was hast du da? Versehentlich Thomas getötet. Versehentlich Thomas getötet? Ja, ist ein Zehner. Ich hab nix. Ich kann nicht so schnell schreiben. Das ist halt noch ein komplettes Autistenmodell. Okay, C. C? Hä? C, ich fang bei C an. Stopp. H. Darf ich jetzt irgendwas ausdenken? Stopp. Bei mir steht überall, also jetzt, ich muss ganz kurz erklären. Stadt hab ich natürlich Halle. Ich hab Hannover. Ich hab Hamburg. Ich hab Hagen. Ja, da können wir alle zehn. Alter, krass. Lauch hab ich Herr HD. Und der hat im YouTube-Kanal, das ist der Vater von der Wife HD. Der hat auch über 50.000 Abonnenten. Gilt. So. Okay, ich hab ein heiliger Bauch. Das ist... Der ist sehr flach. Also mein, ne? Du bist ja ein Lauch. Ja, zehn. Okay. Was hast du da? Harry Potter. Harry Potter ist auf jeden Fall ein Lauch. Ja. Herr Newstime. Herr Newstime ist fett. Sehr gut. Ne, ist ein Lauch. Ja, stimmt, fetter Lauch. Ähm, YouTuber hab ich Herr HD. Äh, Hannah Montana. Ist kein... Der hat ein YouTube-Kanal. 100%ig. Runter damit. Was hast du da stehen? Harry Wissenford. Ist auch ein Branded-Channel weg damit, was hast du da stehen? Herr Newstime. Ist zehn. So, sozialen Praktik. Sind hier wieder Herr HD-Fesseln und ... Ah. Also der Vater von der Wife. Zehnpunkt. Was hast du da? Hässlicher We**s. Wenn du so hässlich guckst dabei. Was hast du da? Haarige ... Lecken. Ja, okay. Hoch, runter, hoch. Äh, Grund zur Festnahme? Her HD-Fesseln und Würgen. Kann ich verstehen. Sind auf jeden Fall auch zehn Punkte. Der Peruinen am E-Bart-Platz. Definitiv, Alter. Definitiv. Max? Klaparige ... in der Öffentlichkeit weg. Ja? Ja, ja, ja. Gott, Alter. Wo? So ... ... sagt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der ist noch ein bisschen rausgeziehen, ja? Grund, das Uwe zu verlassen. Her HD bringt Kathi um. Also Her HD ist sehr ... Her HD! Überall Her HD! Also Weißpfadern hat Kathi umgebracht. Da hat's auch Her HD. Ne. Was bitte? Ich hab Hilfeschrei von Kindern gehört. Von unten? Ready! Bin ich ganz fertig geworden. So, Hanfplantage hat man angebaut und dann wurde es erwischt und dann Nussmasche heraus. So, 10 Punkte. Ich mach 13, also keine Ahnung. Das ist eh doch egal. Dann mach ich 8000 Punkte. Komm, du bist Autisten, oder? Wir müssen gleich noch die Bonus-Sterne abwarten. Z! 1, 2, 3, 4. 3, stopp. Was? B. Varyon. Stopp. Also bei Start hab ich Würzburg. Ich hab Wieseling. Würseling. Wuppertal. Ja, ja, oder 10er. Blauch hab ich gar keinen. Ich hab, äh, was nen Bauch? Einfach nicht geschrieben, weil das hat schon dreimal geklappt mit dem Bauch. Deswegen, okay. Jetzt reicht's. Ich hab Wolfgang Petry. Definitiv 10er. Ich hab nix. Perfekt. YouTuber ich www. Ich hab Varyon. Ist falsch. Ich hab W mal 3. Ist falsch. Hast du gerade hingeschrieben? Ich hab nix, aber 10 Punkte. Nein! Was? Sexualpraktik ist so'n Spiel, was ich vorgespielt hab, wer mich im Joghurt mit meinem Onkel? Ist das doch eher ein Porno-Titel. Das ist ein Spiel. Das ist ne Sexualpraktik. Wo koste man mich aus der Eifel, ne? Ja. Ähm. Wahl. Das ist das, was ich immer mache, wenn ich mich ausziehe. Spiele Wahl. Dafür geb ich 1,5. Meins 11,5. Okay, let's go. Was? Wampe ins Gesicht. Aha. Lass ich gelten 10er, wo? Wissen und Schwitzen. Ja, ist gut. 30 Punkte. Grund zur Festnahme, wenn man ein Kinderheim anzündet. Äh, Walschfleisch als Döner verkaufen. Das ist stark. Ist gut. Wurst im Hintergrund tischte er. Äh, Wuppertal zerstört. 1,5. 1000 Punkte. Ja. Wie Panel. Nur nicht, das Huber zu verlassen. Wenn ist sie den Müll nicht weg und checkt. Warum sollte man überhaupt einen ziehen? brotherke. Der Wasser klassen. Für mich steht zehn Punkte drin. Ich bendere 10.000 Punkte. Dann zählen wir ab,ansdammel. Ichahu. Wir haben noch eine letzte Woche. Lass einfach Zahlen Bundesregierung machen. Lass noch nur eine Runde machen. Zahlenrunde eins. Zahlenrunde. Stopp. 7 statt.. Hä? Nee, wir müssen alle mit dem Wort sieben was machen. Okay, stopp. Stadt hab ich natürlich das Sieben-Gebirge. Ich hab sieben Dörfer einfach hingeschrieben aus Panik. 12 Punkte. Danke. Max? Sieben mal Wolfsburg. Ein Punkt. Nee, ein Punkt. Das gibt mindestens sieben. Zwei. Zwei Punkte, sieben. Ich hab siegen. Siegen? Zehn Punkte. Das ist recht stark. Lauch hab ich die sieben Zwerge. Ich auch. 200 Punkte. Ich auch. 200 Zwerge. Das hast du gar nicht gekriegt. 1000 Punkte. YouTuber ich natürlich pro sieben. Ich hab einfach nur sieben S*** aus Panik geschrieben. Man wusste nicht mal, welche Kategorie ich bin. Ich hab sieben YouTuber-Freier-Wahlen. Könnt ihr euch aussuchen. Alter, das Video macht überhaupt keinen Sinn mehr. Es ist lustig. Ich krieg mir jeden zehn Punkte da. Ich hab sieben Arsch-F***er-D. Kaffee, nein, null Punkte. Null. Null Punkte. Eine Million. Textual praktisch sieben mal ins Loch. Raus und rein. Ich hab sieben Knaller einfach nur geschrieben. Kein Plan, wo das herkommt. 40. Dankeschön. Du stellst das nicht vor. Okay. Mo? Sieben, 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 sieben. Es wird getrieben. Okay, zwei Punkte. 8000. Grund zur Festnahme, sieben Terroristen befreit. Sieben Euro Oma geklaut. Ja. Mo? Max mit der Oma reinten. Ich hab sieben Kleinwüchsige ermordet. Ich hab sieben Mal am Dom gepisst. Zwei Punkte, 4000. Grund um zu verlassen, sieben Mal Hausmeister Instagram Placement. Ich hab sieben Mal Rewi geküsst, dann wusste ich, wo wir sind, dann hab ich noch Arsch dahinter geschrieben. Du hast 40.000 Punkte? Ich mach sieben. Sieben Mal Rewi gefistet. Ich hab sieben Kinder mitgebracht. Gut, dann zählen wir ganz zusammen. Mo hat, glaube ich, ich hab acht Millionen, eine Million, neun Millionen. Ich hab ungefähr 15 Millionen. 15 Millionen Punkte, Mathi, würdest du? Drei, glaube ich. Freddy? Ich hab größer als fünf. Ich rechne mal jetzt zusammen, ich glaube, ich habe ... Ja, ich hab gewonnen. Warte, 243.941. Ich würde sagen, da hat Mo auf jeden Fall gewonnen. Mo? Ja! Perfekt, Leute. Das war's für diese wunderschöne Runde, Startlandgründe, das Oma zu verlassen. Ich bin jetzt beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, f*** euch. Na. Und sind damit raus, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tschau. Ich vermisse das Ufer.